Ich habe endlich mal wieder Schlagerspaß mit Andi Borg gesehen und zu Gast war diesmal, also ich finde schon, er ist eine lebende Legende mittlerweile, Hansi Hinterseer, Hansi Hinterseer. Ich habe alle Alben demnächst und der ist mittlerweile 70 Jahre alt und er hat es sich nicht nehmen lassen, uns allen zu zeigen, wie topfit er noch ist und wie gut er sich bewegen kann. Erst habe ich gedacht, ui, Uschi Klasse sieht aber gut aus. So, dann habe ich aber gedacht, gucken Sie mal, wenn Sie sich das letzte Bild angucken, da denke ich mir, oha, da hat es die Hüfte aber nicht bis zum Schluss mitgemacht. Da will das linke Bein mit rüber zum rechten. Die sind jetzt beide an der Seite.